...hinter dem Namen Jealousy Laterne. Verwirkt sich nicht wie man da andere ist. Jetzt bin ich gespannt. Rodrigo González, meine Damen und Herren! Dank Wikileaks! Das hier im Frühling mit Julia ganz schön erstaunt! Verrückte Welt, total. Ja, so ein Zeitprojekt von mir. Ich bin gerne in Deutschland. Ich habe die Stadtgruppe gern angenommen. Und da bin ich gestanden. Peter Mappay! Ich steck auch noch in Ihnen drin! Grüß Team Hansen! Was du gut gemessen hast! Bruno Rittenberg, Peter Mappay! Fahr in Urlaub und Rodrigo González alles in einer Person, meine Damen und Herren! Sharky! Und manchmal steck ich auch in dir! Und wer hat's doch am besten! Ja, wenn ich in Ihnen stecke, dann nikke! Weil ich kann... Wir waren stehen geblieben bei einem sehr schönen Lied. Es heißt... No Future! Klammer auf! Ohne neue Haart, wieso? Klammer zu! Untertitel gleich vorbei! Auch der Bierholt-Song genannt! Ich weiß nicht, wieso! Also, ich meine, wer bei dem Lied ein Bier bekommt, wird auch gerne zum Einrauschen. Wir können ja heute mal eine andere Version von dem Lied spielen! Warte mal! Wir sind Sie allein zuhause! Und wir halten in der Wand mal bei dir an, Wir fragen nicht immer wieder, wie ist es dazu kommen kann! Da warst du mir lieb, wie konntest du dir die kriegen? Jetzt bist du abgestiegen und woran warst das wohl lieb? Meine Freunde und ohne neue Ablesur. Keine Zukunft und ohne neue Ablesur. Keine Frauen und ohne neue Ablesur. Keine Arbeit und ohne neue Ablesur. Ich kipp die alte Version noch viel cooler. Nee, ehrlich gesagt nicht. Was soll ich das sagen? Ein Keyboard hätte ich gerne dazu. Richtig. Glauben wir nicht, dass die Leute die Mord auf YouTube sehen? Scheiße! Aber jetzt sehen wir. So, was machen wir jetzt? Wollen wir es einfach nochmal versuchen? Versöhnungsmäßig. Du bist da rein, du haust niemand nur bei dir an. Und du fragst dich immer wieder, wie es dazu kommen kann. Du bist da rein, du hast niemand nur bei dir an. Aufruf an sich in der Nähe